Guten Tag meine lieben, meine lieben Mitglieder, es gibt Neuigkeiten betreffend dem elektronischen Impfpass. Ich blende euch kurz ein, um was es jetzt geht zurzeit. Ja, hier könnt ihr lesen. Zur Aufklärung, was kann man in Bezug auf den E-Impfpass tun? Alles was beschlossen wird, ist öffentlich. Auf diesen Link verweise ich sowieso bitte. Wenn ihr eingebt www.parlament.gv.at, kommt ihr auf die Parlamentsseite und hier findet ihr dann auch die Beschlüsse. Also im Prinzip, das ist nur beschlossen, noch nicht gesetzlich verankert. Wer das so nicht findet auf der Parlamentsseite, da diese sehr kompliziert aufgesetzt ist, kann ich nur empfehlen. Geht auf Google und googelt danach. Ja, Parlament, E-Impfpass, dann blättert es euch die korrekte Seite auf und ihr könnt ihr alles nachlesen. Ja, es wurde ein Pilotprojekt gestartet, bei dem Elga zunächst einmal alles über Elga laufen soll. Und in späterer Folge, wenn das Projekt voll aktiv gemacht werden soll, dann wird das über das Gesundheitsministerium gemacht. Das heißt, zur Zeit sind sie noch nicht so weit, aber nur, dass ihr wisst, ihr braucht euch momentan nicht beunruhigen lassen, noch irritieren lassen oder sonstiges. Das ist Blödsinn, braucht man nicht. Ja, es wurde gestartet mit der Gesundheitsakte, sprich auch mit der Sozialversicherungskarte und dem Chip drauf. Ja, all jene, da komme ich aber noch dazu, die sich bereits aus dem Elga abgemeldet haben, für die gibt es natürlich auch Neuigkeiten. Ja, da es sich um ein neues Projekt handelt, sind auch alle Personen, die sich von Elga abgemeldet haben, wieder in das System integriert worden. Also ich selbst bin bei Elga seit Jahren abgemeldet. Auch meine Daten scheinen plötzlich wieder auf, wenn ein Arzt die Karte in den Laser steckt. Ja, das heißt, jedoch gibt es die Möglichkeit, sich erneut abzumelden und den Datenschutz zu gewährleisten. Ja, die Impfpflicht ist damals am Datenschutz gescheitert, da Elga sonst Milliarden Euro Strafe hätte zahlen müssen, wegen Datenschutzverletzungen. Ja, das wissen wir, dieser Text oder viele andere kursieren ja überall in den Social Media Kanälen, aber wir haben danach gefragt, das ist wirklich so. Ja, der E-Impfpass stellt nun die Lösung dar, dass man quasi doch gleich alles, wie auch immer, eintragen kann. Allerdings kann man sich davon abmelden, wodurch der Datenschutz gewährleistet sein soll und abgesichert sein soll. Was könnt ihr tun? Ihr könnt eine Datenanfrage stellen, da blende ich euch dann eine PDF-Datei ein, welche ich dann unter dem Video verlinken werde. Die könnt ihr euch downloaden und runterladen, ausdrucken, ausfüllen und bitte an die Elga GmbH versenden. Wir kommen dann gleich dazu. Und wieder eine neuerliche Datenlöschung beantragen. Also das ist, ohne gefragt zu werden, obwohl man von Elga bereits abgemeldet ist, empfinde ich als, ja, sehr, ja, nicht, also überhaupt nicht korrekt, auf Deutsch gesagt. Damit dürfen eure Daten für den E-Impfpass nicht verwendet werden. Das entsprechende Formular, das habe ich gerade erwähnt, das verlinke ich dann unten im PDF-Datei, das könnt ihr euch runterladen. Ich hoffe, ich habe euch damit alles erklärt, so weit einmal, fürs Erste. Ich werde diese Woche nochmal ein Video machen oder einen Livestream, also spätestens am Sonntag ab 20 Uhr haben wir sowieso einen Livestream wieder, wo uns die Mitglieder und Menschen, welche sehr besorgt sind über die Entwicklungen, live im Chat Fragen stellen können und diese ich beantworten werde. Also er greift nun jetzt die erforderlichen Schritte, es ist ganz wichtig, jetzt noch was zu tun, denn bis Dezember ist noch Zeit dazu. Bis spätestens Dezember, also Ende des Jahres, wurde vorausgesagt, kann man sich noch aus Elga löschen. Wie das dann weitergeht, bitte, hier bin ich noch überfragt, also so viele Informationen haben wir noch nicht nach einem Tag der angeblichen Vollverschärfung, aber wir bleiben auf alle Fälle am Ballen und informieren euch, sobald wir was Neues haben. Nun plädte ich euch das Formular ein, und zwar, so schaut das aus, und zwar, bitte eingeschrieben senden, also nicht bei normalen Briefpost, das bringt gar nichts. Eingeschrieben, am besten eigenhändig, wie auch immer, ja, auch wenn kein Adressant oben ist, also sprich zu handen Herren oder zu handen Frau, das spielt überhaupt keine Rolle. Und zwar möchtet ihr offiziell eine Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das ist die Datenschutzgesetzverordnung, ja, Datenschutzgesetzverordnung, und bitte diesen Text, schaut euch das an, also da steht sämtliche Fragen, und zwar, welche personenbezogene Daten werden von mir bei Ihnen verarbeitet und gespeichert? Ihr erwartet selbstverständlich eine Antwort, das ist dann zum Schluss. Zu welchen Zwecken werden diese Daten verarbeitet? Das würdet ihr auch gerne wissen. Welche Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten Sie? Also geht das auch an andere, ich sage einmal, Datenkäufer weiter und so fort. Wie lauten die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, die meine Daten bereits erhalten haben oder künftig noch erhalten werden? Ob man da jetzt eine Antwort bekommt, das bezweifle ich, aber es steht einfach drinnen und ich finde es auch gut. Man kann es ja mal probieren, ob man da wirklich eine Auskunft bekommt oder nicht. Falls die Datenübermittlung in Drittländer stattfindet, also sprich ins Ausland, Deutschland, Schweiz, Italien, egal wohin, bitte ich zudem um Informationen, welche Garantien gemäß Artikel 46 der Datenschutzgesetzverordnung vorgesehen sind. Wie ist die geplante Speicherdauer für meine personenbezogenen Daten? Beziehungsweise wie sind die Kriterien für die Festlegung der Dauer? Ja, das sind sehr komplizierte Fragen, aber da schauen wir mal, wie sie antworten. Des Weiteren bitte ich um Auskunft, welche Rechte auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der mich betreffenden Daten bestehen und ob ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung nach Artikel 21 der Datenschutzgesetzverordnung sowie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde besteht. Der Punkt 7 ist einmal ein ganz wichtiger Punkt, diesen beantwortet zu bekommen und dann kann man sich dementsprechend einstellen, was kommt, was wird nicht kommen und so weiter. Wenn die Daten nicht bei mir selbst erhoben werden, bitte ich Sie, mir alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten mitzuteilen. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Datenschutzgesetzverordnung statt, Statt, so bitte ich Sie, mir aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für meine Person mitzuteilen. Welche Möglichkeiten der Teilnahme an LK per Opt-out zu widersprechen, als auch welche Möglichkeit des partiellen Widerspruches gibt es nun? Also sprich, die ganzen Möglichkeiten, wie kann ich am besten agieren, dass ich von LK nicht mehr erfasst werde. Finden sich meine Daten in sogenannten Politprojekten wie dem elektronischen Impfpass wieder so, möchte ich beauskunftet haben, wie ich diese Verarbeitung auch in weiterer Zukunft komplett widersprechen oder mich davon abmelden kann. Wie wir ja wissen, kann man sich anscheinend vom elektronischen Impfpass nicht mehr abmelden. Mal schauen, wenn man sich jetzt bei LK noch einmal abmeldet, wie das dann weiter vor sich gehen soll mit dem elektronischen Impfpass. Also da muss man alle Möglichkeiten einfach ausschöpfen und einmal sehen, wie es weitergeht. Zur Erteilung dieser Auskünfte setze ich Ihnen eine Frist von einem Monat ab Zugang dieses Schreibens. Das heißt, bitte agiert sofort, schreibt alle diese Anfrage, alle welche sagen, ich möchte das nicht, schreibt es einfach. Sie sollen sich damit befassen und klare Auskunft erteilen. Sollten Sie die Auskünfte nicht fristgerecht oder nicht vollständig erteilen, behalte ich mir weitere Schritte vor. Also da ist zum Beispiel für unsere Mitglieder der Vorteil, ihr seid bei uns im Verein in einem Forschungs- und Schutzprojekt, wie ihr schon wisst, zum Erhalt der eigenen körperlichen, persönlichen Unversehrtheit und für eure persönliche, körperliche, positive Gesundheitsentwicklung. Das sagte ich schon mehrmals. Also hier haben wir es noch leichter. Bitte stellen Sie mir außerdem kostenfrei eine Kopie meiner bei Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten unverzüglich an folgende Adresse zur Verfügung. Meine aktuelle vollständige Anschrift, Vorname, Nachname, die Adresse, Postleitzahl und Ort. Und zum Abschluss, damit Sie sich von meiner Identität zum Zwecke der Auskunftserteilung überzeugen können, sende ich Ihnen eine Kopie eines Lichtbildausweises. Urkunde wird nicht viel bringen, steht zwar drinnen, aber am besten eine Kopie eines Personalausweises, Führerschein oder Reisepasses mitsenden. Und somit hat man hier schon wieder Zeitverschiebungen und so weiter erspart. Diese Daten sind allerdings nach Beendigung der Beauskunftung vollständig von Ihnen zu löschen und ich verweigere Ihnen auch eine elektronische weitere Verarbeitung mit freundlichen Grüßen und Unterschrift. Das zum Thema, was gibt es Neues betreffend Impfpass. Wenn ihr noch, ich sage einmal, Menschen, welche noch nicht wissen, wer wir sind, wo man uns findet und so weiter, bitte geht auf unsere Homepage unter www.mv-und-versorgung.com. Ihr findet uns im Übrigen auch auf Telegram oder Facebook, hier aktualisieren wir laufend über unsere aktuellen Aktivitäten und so weiter. Also bitte einfach reinschauen auf YouTube, auf unserem MVTV-Kanal, alle letzten Infovideos, welche ich gemacht habe, nachsehen, nachhören und dann werdet ihr auf alle Fälle schlauer. In diesem Sinne danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, für dieses kurze Infovideo dieses auch anzusehen. Bitte verbreitet das auch, macht Werbung und dass so viele Menschen wie möglich wissen, dass es uns gibt. In diesem Sinne noch alles Liebe und wir sehen uns wieder in Kürze. Und jetzt noch alles Liebe und wir sehen uns wieder.